Die Toilette geklaut Wir sind in England auf einer provisorischen Raststätte. Wir wollten pissen und die haben einfach die Toilette geklaut. In England klaut man Toiletten. Wusste ich nicht. Wir sind jetzt ca. 10 Meilen von Sheffield. Das ist ja noch dörflich. Ich hoffe, dass da die Zivilisation langsam eintritt. Sonst haben wir ein Problem. Warte mal, kann ich dir gar nicht sagen? Ich hab Netz. Sieht gut aus. Ich vermute, Sheffield ist nicht so weit weg. Ich denke, das wird cool. Jetzt kommen die ganzen Dörfer zusammen. Die treffen sich dann alle in Sheffield. Und das wird voll. Ich bin froh, wenn ich wieder die Zivilisation erreiche. Weil ich dann wieder klar denken kann. Die Problematik ist, dass wir zu wenig Zeit haben. 45 Minuten. Wir müssen schon 5 Minuten wegschneiden. Und wir wollen das so kompakt wie möglich so machen. Machen. Wollen wir. Weil wir festgestellt haben, dass gestern einige Sachen nicht so liefen, wie wir wollten. Aber das wollen wir jetzt ändern. Aber ich denke, wir machen das schon. 2 bis 5. 2 bis 5. 4. 5. 6. 7. 4. Fuckin' awesome. These guys... Fuckin' rock. You're sexy. You're white. You're alive. You're alive.